Hallo, ich bin YouTube und herzlich willkommen zu einem kleinen Clip und zwar haben Skullcrusher und ich, also erstmal im Clan, 1 vs. 1 gespielt mit dem Kit, was ich euch schon mal vorgestellt hab und ja, er meinte halt, dass meine Range übelst hart wäre und dann hab ich dann das einfach mal mit aufgenommen und ja, es war einfach mein allererstes 1 gegen 1 nach 10 Tagen, 12 Tagen, keine Ahnung ich hab halt, wie gesagt, war ich halt auf Klassenfahrt und ja, wird nochmal ein Infovideo kommen, was jetzt so alles passiert, wie die war, USW aber das war halt einfach so ein Clip und den musste ich einfach einstecken, keine Ahnung warum auf jeden Fall meinte er halt, jo, alter übelst harte Range, nimm das mal auf und ja, hier ist der Clip, herzlichen Glückwunsch und ja, manchmal waren da schon ein paar krasse Hits bei weil eigentlich hat er richtig, er selber hat eigentlich richtig hart Range ich weiß gar nicht, warum das bei mir in dem Moment wirklich so hart war naja keine Ahnung, auf jeden Fall, gönnt euch den Clip geht 6 Minuten irgendwas ich hab's mir einfach nicht vorgespult, damit man die Kombos vielleicht ein bisschen besser sieht teilweise waren da echt heftige Ball und ja, es war wirklich, ich hab'n Klickspeed von 3 CPS also das ist gar nix ich muss mich wieder reinfinden ähm auf jeden Fall, ja eine Sache noch und zwar schreibt mir in die Kommentare, ob ihr gerne die erste Runde Badwurst, die ich nach 12 Tagen, glaube ich 12 Tagen zocken also 12 Tagen nicht zocken gemacht habe die hab' ich halt aufgenommen ohne irgendwie zu kommentieren oder so ähm aber, naja wollt ihr die auf jeden Fall sehen oder nicht schreibt sie in die Kommentare und ja bis dahin bis tschöne und bis zum nächsten Mal ciao so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.